Hallo, guten Tag, mein Name ist Armand Zorn. Ich bin 25 Jahre alt und studiere Politik und Verwaltungswissenschaft an der Uni Konstanz. Ich bin in Kamerun geboren und lebe seit 2001 in Deutschland. Ich bin in Halle aufgewachsen und habe dort mein Abitur gemacht. Dort habe ich auch angefangen, Politikwissenschaft zu studieren und nach Aufenthalte in Paris, Chongqing und Hongkong kam ich im Oktober 2013 nach Konstanz. Ich möchte mich für mehr Bürgerbeteiligung einsetzen. Ich möchte aus Konstanz eine aktive und dynamische Stadt machen. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man die Menschen dazu einlebt. In Konstanz steckt ein gewaltiges Potenzial, was ausgeschöpft werden muss. Der Gemeinderat braucht frische Kötze. Junge Menschen müssen den Gemeinderat. Ich glaube, dass die Verteilung im Gemeinderat nicht passt mit der Bevölkerungsverteilung in Konstanz. Wählerinnen und Wähler sollen mich wählen, weil ich mich leidenschaftlich gerne für ihre Themen einsetzen werde. Und ich glaube auch, einen externen Blick mitzubringen, was wichtig ist, um Wandel herbeizuführen.